moin oder willkommen zu einer neuen folge mit dem lubert hat heute wird es will also brauchst du einmal hier ja ich da war das ist einfach nach unten bauen dann kommst du so eine höhle da ist dann das blaue kupfer wie weit geht es 100 bisschen stück ist halt so random gänge ja ist echt cool ich muss mal kurz gucken zeigt er mir den hier jetzt was an nothing of interest hier nuscht ja das ist nicht ganz da und da kommst du dann auf der linken seite oder so jetzt habe ich was bekommen da unten schimmelt einfach so creeper okay ich komme hoch i'm coming hoch so wo jetzt denn bist du draußen dann hier zum zu mir da ist so nimmel siehst du den was ist da hier ist so ein pimmel ja ja und da ist das muss das erz aber noch finden dann kannst du da unten bauen einmal mit der wünschen rote finden ich glaube hier irgendwo war es wo ich stehe und das ist dann das andere ja jetzt mal gucken hast du gewünschelt guck mal hier ist ton wollen wir noch ton wir brauchen nicht aber easy einsteck mit dem hier ja ja ich habe hier gewünschelt ich bin hier auf kurs was ist das hier ist das hier ist das denn soll ich ein paar davon mitnehmen oder ist egal brauchen wir eigentlich nicht gerade gut dann wieder nach oben wenn wir da dunkel gehen wir schlafen tu doch mal was liegt schon bitte schön ja danke so und das zeug kannst du jetzt deinen ofen schmeißen zum schmelzen richtig kannst du aber noch nicht da raus sondern er macht ihr schon gießtische und so krempel alter du bist ja ein kranker typ da fehlt was zum brennen hier hatte ich mal ein stück kohle rin ja aber plant entweder ihr noch genug haben so fackel ich komme wie kriegt es dann daraus kohle stock und plant was das ist es weiß geht das noch mal du entführer ja moin das für einer aber was ein kranker typ und hier rein und nascht mich wilde hundpilz ich habe fackeln jetzt will ich mal die richtigen hier für ein bisschen helligkeit menschenskinners ist ja ist ja ein zustand hier war ja nur noch dunkel boah diese diese bäume die hier einfach so wachsen ich kann es nicht nachvollziehen ich kann mir nur vorstellen dass wenn du diese wenn du die saplings auf den boden wirfst dass die dann einfach irgendwann wachsen kann es sein ja aber ich bin hier ein bisschen lost sag ich dir ehrlich das hast du ja mein junger ich habe keinen plan wie ich das jetzt hier extracten kann ja ich das jetzt da raus haben wir hier ein buch von materials and you ich glaube ja haben wir ja chariot furnace wir müssen erstmal alles wegschmeißen hier log und also brauche ich ein tank tank melder servit perzlan aber wie ich denn jetzt aus dem dingen hier das zeigt daraus das ist da rein geht ja ähm wilde aloekiln von immer sie create bronxer und dann killen bricks und dann killen und das habe ich schon gesehen aber das ist es halt irgendwie nicht vielleicht brauche ich auch keinen tisch sondern brauchen wir einen cool ding wo dann ein glanzer block rauskommt da bauen wir mal einen na bin dabei dauert mal 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 am schnellsten gegangen vielleicht sollte ich einfach mal cobblestone und schaufel reparieren ich wollte ja hier mein ding fertig bauen ich habe jetzt ein karsing basen es geht oh mein gott rein ein block fertig jetzt gibt es ein archiv mit ich glaube nicht oder gibt keine schiffen manchmal so brüche was für brüche ich quatsch selber ja gut aber die einfach weiter da muss jetzt auch ein block des netz 369 ok und dann kann ich bronze machen die frage wie hoch kann ich fallen ohne zu sterben eine wie tief ich glaube 27 blöcke dann bist du tot was machst du jetzt hier zinn ah ja 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 ich verstehe gleich 19 da drinnen kann ich einen block rausholen dann müsste ich jetzt gleich den kupfer das kupfer und ist hin zusammenpacken packen um bronze herzustellen ja äh billen ach nee das braucht bricks und das kriege ich jetzt woher weh weh schmelzen aha ein zinn block hier wünsche ihre ihre junge die machst du jetzt beide da rein oder was geht nicht ich brauche jetzt könntest du eigentlich auch mal fahren sand sand stein also sand müssen wir haben und wir brauchen clay und klein müssen wir jetzt tun wir ja noch hier drin wie für was denn davon weiß nicht wie gut das funktioniert muss ich jetzt gucken was willst du jetzt machen erklär mal ich will jetzt machen killen brick so das war ja er hat hier schon wieder rufen gecraftet den ich noch gar nicht habe und der ist schon ewigkeiten nach kann ich ja mal so machen und vielleicht blöd kann ich ja nicht du hattest doch ich brauche jetzt erstmal eine roh okay ich keine keine hacke machen hier unten woher und kriegt er denn das dann nicht rein wenn ich in die nicht bauen so ich habe glaube ich stein genommen da ist doch nie witz auch können wir schon irgendwie in einem eimer oder sowas machen nein also habe ich jetzt noch nichts gesehen blöd ich gehe jetzt gleich nämlich erst mal ein bisschen farmland machen ich will erst mal ein paar sachen anpflanzen ja mach das und getreide und hast du noch zuckerrohr oder irgendwie sowas ich will schlafen man ich will schlafen wir sind ja eh eigentlich auch noch farmland irgendwo herkriegen hat sie eine hoekraft mittlerweile ja ich weiß und dann kriegst du doch farmland ja aber du wir haben auch noch ein archivment das wir farmland brauchen da kannst du es traden aber musst du ja nicht unbedingt kannst du ja jetzt selber herstellen ja ist ja gut ist ja recht so wo haben wir denn ein schönes wasserfleckchen wo können wir denn ein bisschen terraforming betreiben eigentlich bietet sich hier unten schon an das ist natürlich ein bisschen blöd hier weil es so tief liegt das wasser geht eigentlich acht stück 2 4 6 8 4 8 tricks dann ist das wasser eigentlich so kaputt ich würde gern einfach ich kann doch hier fließt es rein wie weit fließt es dahin so da ist ende das wasser befeuchtet vier felder ne ja ne sieben ich kommst vor vier vier in jede richtung oder nicht ne das sieben in jede richtung das fließt sieben in jede richtung das wasser ja ne nicht fließt befeuchtet für zum anbauen so glaube ich fünf ok wie repariert man seine schippe hallo mit stein einfach nur stein ins inventar und die schippe ins inventar also ins crafting beim inventar ah ja ich crafte immer neue echt maximal unnötig und ich mal was abbauen hier aber ich hoffe das funktioniert hier jetzt es hat funktioniert oh my goodness hast du jetzt getan so schlau ich habe tatsächlich jetzt was gearbeitet man soll es kaum glauben ne man soll es kaum glauben ja acht killen bricks haben wir zack wo bauen wir es hin und hier in die ecke hier hier steht ein pferd auf und so das müsste der bereich sein wie brauche ich das zwei mal zwei mal zwei damit hier wieder ultra viel zeug ne ingenieurs hammer ich meine aber tatsächlich dass es vier sind die befeuchtet werden warte mal wir können das ja jetzt mal hier testen ganz viel staunen wir sind tatsächlich fünf nice da würde ich aber gern noch ein weitermachen mindestens mal noch so eine im rand und drin hat mach du fährd du stone und stones jetzt war easy den place wo jetzt mal hier ich würde es auch haben machen kriegst du doch gleich ja man was soll das immer selbe mit dir hier man muss einfach mal her rankommen auf den meter hier ich bin ja immer nur unterwegs ja ich mache hier unten dicke anpflanzing und so das ist hier fürs allgemeinwohl mein freund aha boom pam pam äh hast du noch zuckerrohr ich habe keinen zuckerrohr mehr nein guck mal hier kommt wieder erde drauf das wird nicht schnell genug befeuchtet anscheinend mit der akonten wow dumm das ist ja so maximal unnötig kann ich auch gleich einfach zusammen machen ja das kommt noch wegen hier kann sein es geht tatsächlich nur vier ne echt ja also ich weiß es fließt sieben aber du kannst ja dann immer ähm ja das sind auch so schon genug felder oder alter was das ist ja riesig was du da baust ich sehe es krass 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 das funktioniert ich brauche nochmal wo die wood wood nochmal rein da ein wie geht es jetzt weiter ich muss jetzt habe ich eigentlich gar keine axt mehr ja ko monikon wir hatten doch noch vier oder oh mein gott ist so geil ich weiß gar nicht was er da alles baut ey komm ich hier hoch ist die base neu du hast du noch ein du hast du noch ein dein zeug was du so craftest was willst du hast du noch ein verrottendes fleisch nein am arsch oh ich habe eins ja was ähm was soll ich dir denn jetzt so geben das da das war es glaube ich hat nichts gebracht ey du hast doch gerade eben ein ich habe noch nicht hier hol mal das bronx hier raus selber brain over bronze ja hol mal das bronx da raus wo soll ich es rausholen hier aus dem ding da passiert nichts weil du wahrscheinlich erst einmal den den kiln hier bauen musst warte ja ingenieurs hammer boom rechts klick damit drauf aha ja jetzt hast du aber nichts bekommen ne ne wenn du jetzt L drückst hast du dann die Dinger nein äh ich brauch wahrscheinlich alle kiln bricks kann ich die abbauen ja ne ja jetzt hast du es bekommen war einfach nur ein bisschen buggy und bau das ding wieder auf da ja entspann ich deiner zerstörer ja cool bronze habe ich auch bekommen alles klar hier ganz den hammer wieder haben und das ding auch ich gehe anpflanzen ich gehe anpflanzen ich bin da immer weg ich gehe ja das ist ja hast du noch kartoffeln oder irgendwas Möhren, Kartoffeln ich nehme alles ich hab nichts meinen neuen Ofenkartoffeln warum habe ich denn die alle gebrannt ich bin doch selber schuld ey haben wir nichts mehr der maximal arm wir haben nicht mal mehr Cobblestone wow was ist das denn bisher forbidden knowledge was jetzt wieder ja ruhig und kleiner die du so freunde wir mal jetzt feierabend okay dann macht's gut bist du nicht mal tschüss aus ja PF ja 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 ja